Aber es spielt keine Rolle, wie stark sie ist. Es gibt einfach Dinge, die ein Kind nie ertragen sollte. Nämlich von jemandem verletzt und geschlagen zu werden, der es lieben und beschützen sollte. Und das musst du nicht hinnehmen, Tess. Du darfst es nicht hinnehmen. Denn wenn du deine Gefühle so unterdrücken musst, kannst du kein Kind mehr sein. Und das ist das Leben, ich werde drüber stehen. Und dass sich etwas geändert hat, ist nicht zu übersehen. Mein Leben, du wirst nicht drüber reden. Nimm das mir weg, meine Zahlen überleben. Mein Leben, die Musik ist mein Segen. Nimm sie mir weg und ich nehm nur das Leben.